Das vorletzte Türchen zum 23. Dezember mit einem Gedicht von Heinrich Heine. Die heiligen drei Könige Die heilten drei Könige aus Morgenland, sie frugen in jedem Städtchen. Wo geht der Weg nach Bethlehem, ihr lieben Buben und Mädchen? Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht. Die Könige zogen weiter. Sie folgten einem goldenen Stern, der leuchtete lieblich und heiter. Der Stern bleibt stehen über Josefs Haus. Da sind sie hineingegangen. Das Oechslein brüllte, das Kindlein schrie. Die heiligen drei Könige sang. Hören Sie dazu passend den Bachchor Heidelberg unter meiner Leitung mit einer Komposition von Peter Cornelius Drei Könige aus Morgenland. Die heiligen drei Könige aus Morgenland, sie frugen in jedem Städtchen. Der Stern bleibt stehen über Josefs Haus. Die heiligen drei Könige aus Morgenland, sie frugen in jedem Städten. Der Stern ist auf der Erde und sie frugen in jedem Städten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020